Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Minecraft. Ja, wir gucken jetzt mal, dass wir eventuell sogar schon, ähm, also nochmal runter in den Dungeon gehen. Ich hab irgendwie Lust darauf gerade, darum machen wir das auch, aber ich, äh, brauche ein neues Schwert. Ah, nee, hier sind Materialien. So, hopp. Ja. Das hier brauche ich. Nämme ich das hier auch mal mit, komm. Ähm. Hier runter war das, genau. So. Hopp, hopp. Hopp. Na, ich glaube, ich muss da ein bisschen Brot machen. Um. Oh. Um. 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 Ich sollte eventuell, wenn ich schon runtergehe, auch eine Spitzhacke mitnehmen, eventuell mal. So. Ernsthaft, jetzt? So, jetzt aber. So. Ich hoffe, dass ich hier irgendwie Schleim finde oder so. Oh, das Schild ist gar nicht mal so schlecht, man. So. 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 Okay. Ich brauche unbedingt Fackeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie man jetzt zurückkommt. Hier war das. Okay, gut, gut, gut. Warte mal, dann haben wir da das und das das. Okay, gut. Perfekt. Ah, wir haben Nacht, okay. Wir haben auch keine Fackeln. So. Generell, haben wir überhaupt noch Fackeln? Sieht man nämlich gerade nicht da nah aus. Ob wir noch Fackeln hätten? Ja, nee, ist klar, Alter. Das war gerade Greeneros da, eh? Ähm... Okay, dann haben wir keine Fackeln mehr. Auch gut, dann machen wir uns halt welche. Ah, ich weiß nicht, ob 28 reichen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten machen wir jetzt den erst mal. So, 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 zack. So, Birmfärtsch. Perfekt. Oh, so, 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 so? Oh! Oh! Das war's für heute. Das war's für heute. Boah, das sind ein paar schöne Spinnchen, ey. Die holen wir uns. Das Schild ist schon nice. Das war's für heute, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Schild ist schon nice. Wir müssen jetzt mal hier gucken. Rein damit, rein damit, rein damit. Hopp, rein damit. Ähm, ja, hier rein. Ach, da sind die Fackeln. Oh, ja gut. Wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Oh. Ei, 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 ei. Hat der meine komplette Dingens überhaupt genommen? Ja, ist egal, passiert. So, meine Güte. So. 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 Wenn du dir raus. Wie es weiter geht. erfahrt ihr dann in der nächsten folge vielen vielen dank für zuschauen bis zur nächsten folge